Möchte Miley Cyrus jemals Mutter sein? Diese Frage beantwortet die Sängerin in einem Interview. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und weiß immer noch nicht, ob ich Kinder will oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass meine Fans in gewisser Weise meine Kinder sind. Bereits seit 2021 ist die Flowers-Interpretin an Musiker Max Moreno vergeben. Obwohl der Hannah Montana Star in einer Großfamilie aufwächst, plant er aber keine Kinder. Die Grammy-Gewinnerin kommt eher nach Patentante Jolly Parton, die auch keinen Nachwuchs hat. Aktuell fokussiert sich Miley sowieso viel lieber auf sich selbst und auf ihre Karriere.